Herzlich Willkommen zu Let's Play The Was It mit Klaas und mir, dem Hängerboy. Und, ja, wir sind noch in der Alpha. Heute ist Montag und ich hoffe, diese Folge kommt pünktlich heute Abend noch raus. Lüge! Ja, dann wollen wir mal einen europäischen Server suchen. Ich hoffe, es ist hell. Ansonsten müssen wir Gamma ein bisschen hochstellen, damit ihr was sehen könnt in YouTube. Und, ich muss noch kurz... Ich würde schon sagen, wir spielen auf dem hellen Server. Wenn die hell sind. E.U. hast gesagt. Ja, hab ich. So, genau. Oh, ja. Ähm, viel oder wenige Spieler? Ähm, sozusagen so. 13 oder 11. 14, 12. E.U. 267. 267. 267. Meine Framezahl geht hier gerade schön in den Keller, so wie es sich für immer gehört. Also, eigentlich Standard. 67. Ich... Ich schaue... 267. Das hätten sie ruhig noch nach Namen zitieren lassen können hier. 247. Kann man jetzt schon nach Namen zitieren oder nach Ping oder nach irgendwas? Nein, man kann nicht mal Freunden joinen. Es gibt auch keine Community. Unbedingt noch fixen. Ja, das ist noch Alpha. Und an unsere Zuschauer jetzt. Also an dich, du der Schnucki. Ähm, ja. Das ist jetzt noch Alpha, wie gesagt. Und ich habe gelesen, dass... Ähm, ab der Beta... Sobald die... Der Beta-Patch rausgebracht wurde, werden automatisch alle Sachen, die man bis jetzt gefunden hat, gelöscht. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Du liest. Ja, ich... Ich lese. Okay, ich bin... Das gehört zum guten Ton. Wow, Kat, diese Messie ist sehr nice. Die hat sich echt verbessert. Ich habe schon etwas lange nicht mehr gespielt, aber es hat sich auch gelohnt, weil ich habe ziemlich viele Waffen gefunden. Sehr nice. Ist schon ein Endgame? Jetzt. Und es ist saulaut. Warte. Na, noch ein Tick. Ah, so. Safe Zone! Ich bin Safe Zone. Alter! Willst du mich... Also für Zuschauer, die nicht die Alpha schon zur One-Forgie gezockt haben, die Karte war viel verschwommen, ja. Also man hat fast gar nichts erkennen können. Und es wurden keine Städtennamen angezeigt oder... Ja. Und... Was man sehen konnte, war dieser Bereich. Ganz klar, was man sehen konnte, war dieser Bereich hier. Bis hier. 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 Das da. Ich glaube, das war... Das gab es noch gar nicht. Also das ist alles neu hier. Ähm... Oh, es gibt einen Airport. Gehen wir da mal hin. Kann ich was suchen. Wo bist du denn? Ich bin links von Campus City. Das ist die größere Stadt im Norden. Sorry, ich habe Husten. Aber unsere Zuschauer... Ähm, Campus City... Ja. Campus City zu Deutsch, oder wie. Ähm... Ich bin... Ich bin im Goblin Peak. Ich bin der Goblin. Wo ist denn das? Das ist rechts von Campus City. Das ist die Safe Zone. Ach, Goblin Peak. Oh ja. Na ja, ich... Äh... Goblins an die Macht. Geh mal ein Stück. Ich bin alles hier weg. Äh... 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 Also treffen wir uns beim Devil's Pass. Ungefähr. Oh? Oder bei der Straße links davon. Was ich dir sagen wollte... Ja, ich geh mal Richtung von dir. Ähm... Wo... Wo ich letztens mit ein paar Freunden, ähm... Oder mit dir... Da warst du, glaube ich, auch noch mit dabei. Ach ja. Ähm... Die ganzen Waffen gefunden hab. Das ist der Delta Peak. Oder die Delta Peak. Da wo sich der Weg gabelt und diesen Kreis bildet. Delta Peak ist links. Ranger Station sozusagen. Da hab ich mal vier Waffen gefunden. Ja, ähm... Wollen die mit Socken? Wer... Was? Was? Wer will? Hm? Kabelier, Pilgerat und Wolke. Sind die auch. Ähm... Pirat hat mir gesagt... Ähm... Er... Will es... Er würde es eher nicht let's playen. Da man da erst zu einer Uhrzeit ankommt, wo es in den meisten Servern dunkel ist. Und das will er seinen Zuschauern einfach nicht antun. Hat er mir jetzt so gesagt. Vielleicht kommt er mal... Will das denn mit uns playen? Das schon. Wartungsweise jetzt. Jetzt? Da müsstest... Oh ja. Da müsste jetzt einer von uns mal schnell in Ralfs TS gucken. Oh ja. Warte kurz. Ich warte. Ich leg mich in einen Bau. Ja. Ich esse jetzt mal einen Granolabar. Und noch einen Granolabar. Und noch einen Granolabar. Und noch einen Granolabar. Und noch einen Granolabar. Alter, die bringen gar nichts, die Dinger. Ich brauch Thunfisch. Dünne. Ich bin gleich flieh. Ja, und das ist immer so laut hier. Das kann dich nicht leiser machen. Ähm... Ich habe einen Hammer und ich werde ihn... Oh, ich bin aus der Safe Zone. Ah, ah, hier ist die Safe Zone. Alles Wunderbärchen. Und... Ich kann nicht zuschlagen. Ich kann nicht... Jetzt. Ab hier. Zack. 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 Ich bin der Grenzgänger. Ich bin im Osten, im Westen. Ich bin im Westen, im Westen. Hallo? Also im Moment gerade nicht. Wahrscheinlich zocken sie jetzt wieder irgendwas anderes. Ich hab gezocken, die hätten. Nein! Ja, okay. Hätten wir in Hellroids fasseln können. Ich hab... Ich war gerade Grenzgänger. Ich bin von der Safe Zone hin und her geswitcht. Rein und wieder raus. Wieder rein und wieder raus. Und bei mir kackt das Spiel ab. Rein und raus. Alter, hier sind aber mehr als zwölf Spieler online. Ja, 28. Ich... Ich weiß nicht, wo ich gegangen bin. Ähm, dann hätt ich Bock auf... Kann man denn von... Kann man denn von Whitestone da durchgehen, durch den Pfad da unten? Jetzt suchst du erst mal auf der Karte. Oh, nee, das... Das spüle Maxim jetzt nicht mehr. Okay, dann, äh... Du weißt ja, wo ich bin. 2, 6, 7. Ich geh zum Delta Peak. Weil es da schöne Waffen gibt. Und da hast du eine unsichtbare Wand. Wuhu! 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 Hm, keine Rückmeldung. Wuhu! Ich hasse unsichtbare Wände. Wuhu! 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 Ich hasse unsichtbare Wände. Das ist dich. So, wenn man über die Hügel läuft, also... Nur aufgezeichnet die Hügel, sag ich mal, auf der Map, dann bekommt man Schaden, wenn man, in Anführungszeichen, runterfällt. Und ich bin jetzt sowas von aufm Presentier, Bella. Ich werd' denn da stoppen. Da lang haben wir zehn Sniper. Wenn ich ein RS-50 hätte und dich sehen würde, dann würdest du dich selber abschießen. Hallo, Keri. Oh ja. Ist dein Name wirklich Lämle? Wie hieß mein Name? Ja. Bäääää. Mein Name ist... Er steckt in den Po. Iiiii. Lott'schmör, du Schwein. Hey, man kann jetzt auch ohne Waffen... Zoom. Ohne dass man eine Waffe hat, konnte man nicht schon vorher. Auf jeden Fall ist es geil, wenn man so rumrennt. Das sieht aus wie ein Zombie Schau mal C Ja, Ego Was ist damit? Ego Ego Backspace Backspace? Was ist damit? Oh ja Was ist damit? Was ist damit Backspace? Da kannst du es wegstecken Ich weiß Ja Das sieht einfach noch geil Kannst dein Lörris wieder einpacken Dein Schwengel Außer du spielst ne Frau Oh mein Gott Ach ich weiß doch wie ich da abgesnackt wurde Und da Und da Und hier Und da vorne auch noch Und am Berg oben Und da an einem Hausdach irgendwo oben Wurde ich auch schon mal richtig dabei weg Also das Spiel das ist Vor allem mit so vielen Spielern Da kommt man mit dem Hammer hier nicht weit Außer ich finde es ne Schottie Schottie Oh mein Gott das sind die M-Sage Den Watz Ich hab nen Helm gefunden Bam Headshot Die bringen sowas von überhaupt nicht die Dinge Wozu haben die die eingebaut Das müssen wir mal nur einfügen Ja genau Das ist das schönste Jetzt accesses Boah Boah der Baum ist grad verschwunden Ach Ich kann durch Bäume gucken Den war doch da wo ich war Ich kann durch Bäume gucken Die Richtung passt Ich kann durch Bäume gucken Bist schon an der Straße Jo Südlich von Campos City Komposthaufen Zu deutsch Ja warte Ich bin noch 20 Meter Das war nicht dran Ach ja noch was Machen wir die 15 oder 20 Minuten Lang Breit Damit ich's heute noch hochladen kann Würde ich eher sagen 15 10 Okay Also 20 Was sagst du 30? Ähm siehst du links von der Straße Wenn du gen Süden schaust Ähm am Berg oben ne Antenne Oder wo bist du ungefähr schon? Ich bin ähm Man sieht die Straße Oft Ne Straße und ne Brücke Eine Brücke Die nach unten führt Eine Brücke Bist du rechts von der Straße? Ich bin links von der Straße Und lauf ich denn Ganz ganz nah Siehst du mich? Fuck Falsche Richtung Ah das bist du Weil der hat sich grad Der hat grad die Richtung geändert Ich lauf auf die andere Straßenseite Da sollte ich sein Zoom mal rein Siehst du mich? Ich spring auch rum Ach da bist du Komm mit Ich geh einen sicheren Weg Ein sicheren Weg Das ist echt nice Ja Das ist neu Ja Ja das hatten sie erst Als man Waffen hat Äh Erst Also Damals Was heißt damals Ich hab Ich hab einen Hammer Ich hab auch einen Hammer Ich hab ne Ich hab ne Wasserflasch Ich hab ne Wasserflasch Boah Und Tomahawk wäre nice Wir haben ein übelst geil Für das Game Entschuldigung Warte ich muss Alter Ja wir sind zurzeit beide krank Geistig wie auch körperlich Oh ja Hockt jetzt so ein geiler Sniper Und snackt uns beide weg Also wenn ich jetzt sterbe Nehm ich den Entweder nehm ich Den Mein 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 Ich hab ja einen Ein Account der heißt Nudenchicker Ja Wer Bram kennt Wird ihn lieben Und Oder ich spiel mit Schnittenluder Ich weiß auch nicht Und die gleiche Hose Warte Und die gleiche Frisur Wir sind wie Brüder Bloß noch enger vermutet Aber unsere Rucksäcke Sehen unterschiedlich aus Mach mal kurz nen Zombie Schau mal nach oben Was? Schau Du musst genau nach oben gucken Und gerade laufen Du musst nach Mach mal Mach mal Mach mal Mach mal Renn in die Richtung Wo wir lang müssen Das ist so geil Da waren wir letztens Genau Da waren wir letztens Zu viert unterwegs Mit dem Kavalierpiraten Nico dem Wer war noch dabei? Mary? War der Mary mit dabei? Wolke war auch Ja genau Und dann waren wir da zu viert Und dann die drei haben echt so gemacht Schau mich mal an Wie das aussieht Ich will den mal Den hier gemacht Kennst du noch den hier? Den 360? Ja den 360 Liefen wir zu fünften Im Weg entlang mit den 360 Keiner hat auf den Weg geachtet Wenn da hier ein Spieler gekommen wäre Wir wären eiskalt eben vorbeigerannt So Hier oben gibt's denn nix Aber ich kenne Abkürzung zum Ich will erst mal zum Delta Peak Da gibt's nämlich viele Waffen 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 Ich weiß nicht ob das zu laut ist Die Grafik erinnert mich an Death4Dead oder Dead Island Irgend so ne Mischung Hab ich letztens auch schon gesagt Nice Wollte nur schlau werken Du hast n besten Rucksack als ich oder? Ja medium Damit ich mehr Dinge einstecken kann So du weißt schon Ja Ja Ich habe eine Wasserflasche Und ich werde sie benutzen Natürlich hab ich n Hammer Ich gehe noch nicht ohne Waffe aus dem Haus Ich dachte die wäre im Vorteil Ja was habe ich eigentlich noch dabei Ich habe sonst nix dabei Verdammt eigentlich wollte ich den Rucksack wechseln Ah was soll's Na vielleicht können wir es ja zum Castle Pine Zu der südlichen Safe Station machen Die jetzt da neu ist Jedenfall das hier ist der Pfad Den ich immer mit dem Piraten Bestritten bin Hab Werde Kann Muss Furzen Und Ja da wurden wir bis jetzt noch nicht abgeschossen Ist aber ein bisschen auffällig Weil hier oben ist kein Gras Zwei Bäume Und wir müssen jetzt bis dahinter Das heißt Von unten kann uns von der Straße gleich sehen No pressure No pressure Everything is overheated My god Bitte was Your phone is closed Your mom is closed Ja wir haben vor uns der Arbeitswerkstatt In die Boeing 7-190 stehen Und da hocken wir uns jeden Tag rein Und äh Ja äh Machen halt Notfallsituationen Und äh Haukt euch ins Cockpit Und startet die Maschinen Ja ja genau Von mir haut ihr auf den Navigationssitz Und dann fängt er an No pressure No pressure The engine is overheated My god So ne schlechte Aber ihr spielt nicht 1. September Äh 11. September Haben wir schon Von 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 Wie Wie einer hat sich Business als Hessian Taliban verkleidet Und Und so gemacht Und so Oder wie Ne das war Oh Geili Jetzt auch morgen alfair Einfach so Klopapier aufm Kopf str cochert Das passt dann schon So Das schlägt die Entgrenze Du musst Mit Perin Du bist Der nie underscore Willkommen To the flight 4 07 32 I am your pilot for the next 4 hours and the weather is nice also so geiles deutsch-englisch oder wie we would leave the airport in 8-8 28 minutes 30 guys oh oh grad was irgendwie laggy bei dir auch du bist laggy man oh ja ich lag vor allem in dem boden mit meinem gesicht warte abfall achso ja matabfall das müsst ihr auch noch sehen das kann man im spiel auch noch machen warte du musst sprinten oh ja ich bin die bad steh auf oh bist du runtergefallen ich wurde gekickt warum dass man nicht in einem spiel äh keine ahnung ich wurde einfach zum hauptmini beordert what the fuck man darf nicht auf andere spieler draufsteigen weil man kann man in die oberen regale rein ehrlich gesagt da gibt es ja einige sachen soll ich auf dich warten ich warte auf dich ähm ja aber mein mein hungerbalken ist schon wieder halb unter der hälfte ähm in jeden fall ich in der pirat war mal im supermarkt unterwegs und da waren echt geile rucksäcke oben gespawnt und da konnte man nicht hin nicht springen wenn man gesprungen ist dann konnte man die für 10 äh nicht für 10 für eine sekunde lang eh man muss ja einen gegenstand länger eh gedrückt halten man muss drücken genau dann gibt es so einen schönen balken und das warten muss man den gegenstand aufhängt bitte fahr dich fort genau jetzt fahre ich fort und dann haben wir den trick herausgefunden man kann auf die kassen drauf springen und ich habe mich dann vor die kassen vor die kassen hingekniet zwei meter weiter und er ist dann auf mich drauf gesprungen dann bin ich ein stück vor er ein stück vor ich er ich er ich er ich er ich er ich er bis zu dem scheißregal ganz hinten rechts in der ecke bis wir angekommen sind und dann konnte das endlich aufnehmen ja meine taktig oder jetzt nicht mehr raus konnten die ist geil die war geil aber ich glaube jetzt wurdest du gekickt weil du auf mir drauf warst oder oder einfach nur so ja keine ahnung vielleicht wurde es neuerdings als cheaten anerkannt oh oh cheat mach mal ich mit an und absage oder eiskalt cut bleibt dir überlassen bleibt mir überlassen wenn du siehst wenn du siehst wir sind schon bei 25 minuten einfach laufen ich lass ihn einfach laufen ich lass ihn einfach laufen das ist der plan mein essen blinkt schon wieder das hätten sie ruhig ein bisschen verlängern können die zeit die ist immer so kurz und es ist und es findet uns den zuschauen merken wie das ganze spiel funktion luckelt ja genau wir spielen ja schon seit etwa zwei wochen oder drei wochen jo und wir das war schon für uns ja genau also hammer ist ne waffe auf links klick schlägt man zu auf rechts klick zoombahn auf c geht man in die e-perspektive auf steuerung knietbahn auf y legt man sich hin eigentlich steuer ich würde mal sagen die alten man generell überall zu finden auch ähm auf straßen also neben fahrzeugen in fahrzeugen mhm äh irgendeine ecken von häusern und ja ich hab schon ein fernglas auf der straße gefunden oder du hast ne waffe wo wo also hab ich jetzt eigentlich nicht verstanden weil ich gehustet hab wo hab ich ne waffe gefunden weiß ich noch nicht mehr du bist schon shotgun in der scheune hab ich schon mal gefunden wir haben nen klo gefunden nein das hat mir ein penner zugeschmissen das hatte er noch übrig so naja und bevor wir hier in die stadt gehen würde ich sagen die ja die folge ist hör auf auf nicht drauf zu springen die folge ist leider schon rum wir sind erst bei 19 minuten aber was solls was ich mach mit einem nein 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 aus 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 also bis dann bis zur nächsten folge haut rein tja 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 tja